Hey, wie schön, dass du wieder hier bist, heute zu einer klassischen, nur etwas verkürzten Hatha-Yoga-Stunde in der Shivananda-Tradition und komm für die Anfangsentspannung in die Rückenlage. Streck die Beine aus, Füße mindestens mattenweit geöffnet, lass die Zehen locker nach außen fallen, leg die Hände ein Stück neben dem Körper ab, dreh die Handflächen nach oben, die Finger entspannt und dann schließ deine Augen, nimm zum Ankommen hier drei tiefe Atemzüge durch deine Nase ein und dann lösen durch den geöffneten Mund aus, tief durch die Nase einatmen, halte einen Moment am höchsten Punkt und dann atme seufzend, lösend aus und lass den ganzen Körper angenehm schwer in die Unterlage sinken. Noch einmal tief einatmen, kurz halten und dann atme aus, lass alles los, entspann den ganzen Körper, lass den Atem nun weiterhin tief ein- und ausströmen durch die Nase und richte den Fokus auf deinen Bauch, nimm wahr wie mit jedem Einatmen die Bauchdecke nach oben hin weit wird und wie sie sich mit jedem Ausatmen wieder senkt und wie der ganze Körper mit dem Ausatmen noch etwas mehr loslässt. Einatmen, der Bauch wird weit und ausatmend lässt du los, lässt den Atem gehen, lässt alles, was war, nun hinter dir. Und dann komme langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück nach außen und beginne den Körper etwas mehr zu bewegen, Finger, Hände, Zehen, Füße und streck die Arme lang nach hinten, räkel dich einmal in die Länge, schließ die Beine und dann stell die Füße nacheinander auf und dreh dich auf deine rechte Seite. Halte gern die Augen geschlossen und komm über die Seite nach oben zum Sitzen, finde eine bequeme, aufrechte Haltung. Wir wiederholen dreimal das Mantra Om und danach das Mantra Sarva Mangala Mangalye, ein Segenswunschmantran, eine göttliche Kraft, das frei übersetzt so viel bedeutet wie gib allen Wohlergehen und Glück, gib allen Güte und Liebe, gib allen Zuflucht und Schutz. Richte dich noch einmal bewusst auf, roll die Schultern nach hinten unten, dein Herz ganz offen und atme ein für Om und das Mantra. Om 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 Am 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 Und dann öffne langsam deine Augen. Schau, dass du jetzt richtig bequem sitzt für Pranayama. Wir üben zwei Runden Kapalabhati und danach die Wechselatmung Anuloma Veloma. Bequem bedeutet vielleicht auf einem Kissen oder einem Block oder einfach im Schneidersitz. Vielleicht übst du auch den Lotus-Sitz, dann kannst du den natürlich auch gerne einnehmen. In jedem Fall schau, dass du gut aufrecht sitzen kannst. Räkel deinen Scheitel nochmal Richtung Decke. Dann schließ deine Augen oder senk den Blick. Und atme, bevor wir mit Kapalabhati beginnen, noch einmal tief ein in den Bauch. Spüle, wie der Bauch nach außen hin weit wird. Und atme vollständig aus, zieh deine Bauchdecke aktiv nach innen oben. Dann atme bequem ein. Und beginne. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein. Hümm, so, 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 hümm. Atme vollständig aus, richtig leer werden. Wenn du magst, halte einen Moment unten den Atem an. und dann atme wieder ein, tief richte dich auf und atme vollständig aus, entspann deine Schultern, lass dein Becken schwer nach unten sinken und atme wieder bequem ein, fülle deine Lungen etwa zu drei Viertel mit Luft und halte den Atem, wenn es dir zu viel wird, atme jederzeit wieder aus lenke den Fokus auf deinen Bauchraum und stell dir dort eine warme, hellstrahlende Lichtkugel vor wenn du möchtest, aktiviere Mula Bandha, um das Licht in deinem Bauch- und Beckenraum zu sammeln indem du die Muskeln zwischen den Beinen nach innen oben ziehst und halte bleib mit dem Fokus im Bauchraum bei dem Licht dann löse das Bandha, wenn du noch nicht ausgeatmet hast, dann atme spätestens jetzt aus lass den Atem für ein paar Momente ganz frei fließen und für unsere zweite und letzte Runde atme wieder tief ein und beginne aus ein, aus ein, aus ein, aus ein, aus ein Hamso, 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 H Atme wieder tief ein, richte dich auf, atme aus, entspann die Schultern, entspann dein Gesicht, atme wieder bequem ein für die Atem-Anhalte-Phase und dann werde still. Sammel wieder deine Energie im unteren Bauchraum, im Beckenraum, aktiviere Mula-Banda, zieh die Muskeln zwischen den Beinen nach innen oben und dann stell dir vor, wie du nun diese große warme Lichtkugel entlang deiner feinstofflichen Wirbelsäule nach oben schickst, wie sie aufsteigt durch den Rumpf hindurch. Vielleicht aktiviere Udhyana-Banda, Bauchdecke nach innen oben, lass die Lichtkugel aufsteigen bis in den Kopf und bleibe dort mit deiner Aufmerksamkeit im Bereich hinter der Stirn und nimm das Strahlen wahr. Und löse spätestens jetzt die Banda aus und atme wieder aus, gib den Atem frei und spüre nach. Und für die Wechselatmung gib nun deine linke Hand in Chin Mudra, Zeigefinger und Daumen berühren sich, die rechte Hand in Vishnu Mudra, leg die rechte Hand an deine Nase. Daumen an den äußeren rechten Nasenflügel, Ringfinger an den linken. Atme durch beide Nasenlöcher tief ein und finde Aufrichtung. Atme durch beide Nasenlöcher aus, entspann die rechte Schulter, nimm den Ellbogen dicht zum Körper. Verschließ das rechte Nasenloch, atme durch links zügig und tief ein, etwa vier Sekunden. Dann schließe und halte den Atem, wir bleiben hier für acht Sekunden und öffne dann rechts, atme rechts langsam und gleichmäßig auf acht Sekunden verteilt aus. Rechts bleibt offen, wieder einatmen, zwei, drei, vier, schließe, halte. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Links ausatmen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Links einatmen, ganz zügig und tief den Atem halten, konzentrier dich auf das Licht hinter deiner Stirn. Öffne rechts, atme aus, bleib ganz gelassen, lass dir Zeit. Rechts wieder einatmen, hoch zum Punkt zwischen den Augenbrauen, halte den Atem, nimm das Licht wahr. Öffne links, atme aus. Fahre sofort in deinem Rhythmus, kannst auch die Atem-An-Haltephase verlängern. Schau, dass dein Gesicht entspannt ist, der Kiefer gelöst. Konzentration ganz beim Atem. Und in der Atempause richte die Aufmerksamkeit zum Licht. Und wenn du möchtest, wiederhole in Gedanken das Mantra OM. Rudialkon von Atem. Und wenn du möchtest, wiederhole in Gedanken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und öffne langsam deine Augen. Uns führt die Wechselatmung heute nicht in die Meditation, sondern wir werden etwas aktiver. Du kannst nun zum Stehen kommen, deine Matte freiräumen und wir widmen uns den Sonnengrüßen, auch eine Form der Meditation, eine Bewegungsmeditation. Ja, die Sonnengrüße bereiten uns auf die Asana-Praxis vor und dehnen und wärmen den ganzen Körper. Also komm am Anfang deiner Matte zum Stehen, die Füße geschlossen, die Arme neben dem Körper, drehe die Handflächen nach vorn und roll die Schultern nochmal nach hinten unten. Wir üben zehn Runden. Atme tief ein und atme aus, gib die Hände zusammen. Atme ein, streck die Arme hoch, beug dich zurück. Atme aus, segel nach unten in die stehende Vorbeuge. Einatmen, rechter Fuß zurück für den Sprinter, Knie zum Boden, schau nach vorn. Halte den Atem, komm in den Stütz. Atme langsam aus, Knie, Brust und Stirn zum Boden. Mit dem Einatmen schlängel dich durch, heb dein Brustbein, zieh die Schultern zurück, Cobra. Und mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund, die Sitzbeinhöcker weit nach oben. Einatmen, setz den rechten Fuß nach vorn, linkes Knie zum Boden, schau nach vorn. Ausatmen, setz den linken dazu, Vorbeuge, Kopf entspannt. Einatmen, aufrichten, streck die Arme hoch und zurück. Atme aus, lass deine Arme sinken. Atme hier tief ein. Atme aus, die Hände zueinander. Einatmen, streck die Arme hoch, öffne dein Herz zum Himmel. Atme aus, beug dich zur Erde, scheite Richtung Boden. Einatmen, setz den linken Fuß zurück, Knie zum Boden, Blick nach vorn. Halte den Atem für den Stütz, kräftige Beine und Bauch. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zum Boden. Einatmen, in die Cobra, drück die Fußrücken in die Mathe. Ausatmen, still die Zehen auf, herabschauender Hund, spreiz die Finger. Einatmen, linker Fuß nach vorn, rechtes Knie zum Boden, Blick nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß dazu, ganze Vorbeuge, Stirn Richtung Schienbein. Einatmen, richte dich auf, streck die Arme hoch und zurück. Atme aus, lass deine Arme sinken. Atme tief ein. Atme aus, die Hände vor dem Herzen zueinander. Einatmen, streck dich zum Himmel, Blick nach oben. Ausatmen, zur Erde, Hände neben die Füße. Einatmen, rechts zurück, Sprinter, Schultern zurück. Atem halten, in den Stütz, drück dich raus. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund, zieh die Schultern weg von den Ohren. Einatmen, rechts nach vorn, Sprinter. Ausatmen, links dazu, Vorbeuge. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, Arme sinken. Tief einatmen. Und ausatmen, sammel die Hände vom Herzen. Einatmen, zum Himmel. Ausatmen, zur Erde. Einatmen, links zurück, Sprinter. Den Atem halten, Stütz. Ausatmen, ganz kontrolliert, Knie, Brust, Stirn. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Hund. Einatmen, links nach vorn. Ausatmen, rechts dazu, Kopf ganz locker. Einatmen, aufrichten, hoch und zurück. Ausatmen, die Arme sinken. Tief einatmen. Ausatmen, Hände zueinander. Einatmen, zum Himmel. Ausatmen, zur Erde. Einatmen, rechts zurück. Atem halten, Stütz. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn. Einatmen, einatmen, Kobra. Ausatmen, Hund. Rechts vor, einatmen. Ausatmen, links dazu. Einatmen, aufrichten, Rückbeuge. Ausatmen, Arme sinken. Tief einatmen. Ausatmen, Hände zum Herzen. Einatmen, zum Himmel. Ausatmen, ausatmen, zur Erde. Links zurück, einatmen. Atem halten, Stütz. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn. Ein, Cobra. Aus, Hund. Einatmen, links nach vorn. Aus, rechts dazu. Ein, aufrichten. Aus, Arme sinken. Tief einatmen, tief einatmen hier. Ausatmen, Hände zum Herzen. Einatmen, zum Himmel. Aus, zur Erde. Einatmen, rechts zurück. Atem halten, Stütz. Ausatmen, absenken. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Hund. Einatmen, rechts vor. Ausatmen, links dazu. Einatmen, hoch und zurück. Ausatmen, Arme sinken. Tief einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen, ausatmen. Ausatmen, links zurück. Einatmen, Atem halten. Und ausatmen. Einatmen, ausatmen. Links vor. Einatmen, ausatmen. Einatmen, einatmen. Und ausatmen. Zwei letzten Runden. Einatmen hier. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Rechts zurück. Einatmen. Atem halten. Ausatmen. Einatmen. Einatmen. Ausatmen. Rechts vor. Einatmen. Links dazu. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Tief ein. Lang aus. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Links zurück. Einatmen. Atem halten. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Links vor. Einatmen. Rechts dazu. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Lass den Atem frei fließen. Steh für einen Moment still. Schließ die Augen. und nimm den Nachklang dieser zehn Sonnengröße. Surya Namaskar. Vah. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. und komm am Ende deiner Mathe in die Stellung des Kindes. Mach es dir für einen Moment ganz bequem, die Stirn am Boden oder auf den Händen abgelegt. Und dann lass für diesen Moment einmal alles los im Schulterbereich, im Gesicht, entspann den Kiefer, entspann die Stirn und die Augen. Entspann den Bauch, lass ihn ganz weich werden. Nimm wahr, wie der Atem wieder mehr und mehr zur Ruhe kommt. Unsere erste Asana ist Shirshasana, der Kopfstand. Wenn du den Kopfstand nicht praktizierst, dann übst du einfach für etwa zehn Atemzüge den herabschauenden Hund oder den Delfin mit den Unterarmen auf dem Boden. Beginne nun mit deiner Praxis. Ich leite den Kopfstand an. Miss den Abstand zwischen den Armen, sodass du deine Oberarme umgreifen kannst und verschränk dann die Finger ineinander. Handflächen geöffnet, gib den Scheitel zum Boden. Und dann drück dich hier schon gut raus aus deinen Schultern. Ja, so als könntest du deinen Kopf etwa einen Millimeter vom Boden wegheben. Stell die Zehen auf, streck die Beine und drück dich nochmal raus aus den Schultern. Wenn du weitergehen möchtest, dann lauf nun mit den Zehenspitzen Richtung Kopf so weit, bis du das Gefühl hast, du fällst hinten über. Und dann kannst du mal probieren, Kraft deiner Bauchmuskeln, deine Knie eins nach dem anderen zur Brust ranzuziehen, die Fersen Richtung Po. Drück dich immer fort aus den Schultern raus. Das ist das A und O. Und egal in welcher Variante du nun bist, versuch für einen Moment Ruhe zu finden. Konzentrier dich auf deinen Atem und lenke die Energie in den höchsten Punkt deines Kopfes. Und wenn du noch im Kopfstand bist, dann bring nun langsam deine Knie wieder zurück Richtung Brust. Aktiviere nochmal mehr die Bauchmuskulatur und stell kontrolliert deine Füße wieder am Boden ab. Und begib dich in die Stellung des Kindes. Auch aus dem Delfin, auch aus dem herabschauenden Hund, komm wieder in die Stellung des Kindes zurück. Diesmal nimm die Hände neben die Füße, sodass der obere Rücken ganz rund wird. Und wenn es dir angenehm ist, roll einmal über deine Stirn, gib der Stirn eine kleine Massage, lockere die Nackenmuskulatur. Und lass auch hier wieder los. Ohne zu bewerten, was gerade war, gib dem Körper nun die Gelegenheit, sich wieder vollkommen zu entspannen. Und ganz neu und ganz frisch in die nächste Asana zu starten. Richte dich allmählich wieder auf und dann komm zum Sitzen bzw. eigentlich gleich in die Rückenlage für unsere nächste Sequenz. Wir üben Sarvangastana, den Schulterstand, Halasana, den Pflug und Matsyasana, den Fisch. Leg deine Arme neben dem Körper ab. Und auch hier als Alternative, wenn du den Schulterstand nicht praktizieren möchtest, könntest du auch einfach eine Decke, ein Kissen unter den Po legen für den unterstützten Schulterstand. Und ansonsten für die, in Anführungszeichen, volle Variante kannst du auch hier die Bauchmuskeln wieder anspannen und mit einem kleinen Schwung deine Beine nach oben in die Luft geben. Und dann richte hier die Hände in den unteren Rücken und vielleicht die Knie nochmal beugen, um die Schulterblätter ein bisschen dichter zueinander zu ruckeln. Und dann richte hier die Beine auf, dass die Leisten ganz weit und offen werden und finde auch hier wieder Ruhe. Schließ gerne die Augen und praktiziere Ujjayi Pranayama, wenn dir das vertraut ist. Durch die Kehle einatmen zum Herzen. Und dann stell dir vor, wie du mit jedem Ausatmen von deiner Kehle aus ganz weit wirst. Einatmen zum Herzraum. Und von der Kehle aus ausatmend weit werden. Wenn du im unterstützten Schulterstand bist, dann bleibe gerne hier. Und für alle, die aus dem Schulterstand weitergehen möchten, in den Pflug Halasana, bring deine Beine langsam nach hinten. Hinter den Kopf stell die Füße dort ab. Schieb deine Fersen aktiv nach hinten. Streck die Beine, Kniekehlen ganz weit. Und vielleicht verzahnst du die Finger ineinander. Dann streckst du die Arme und ziehst die Schulterblätter aktiv zueinander und von den Ohren weg. Weiterhin tiefer, ruhiger Ujjayi Atem. Und dann löse die Verschränkung in den Händen. Stütz den unteren Rücken wieder. Und dann Kraft deiner Bauchmuskeln. Roll dich langsam aus der Position wieder hinaus. Du kannst gerne die Knie dafür anwinkeln. Lass dir Zeit. Und wir schließen direkt Matsyasana an. Wenn du im unterstützten Schulterstand bist, dann komm nun auch mit in den Fisch. Dafür stell die Füße vorm Gesäß auf. Heb einmal dein Becken an. Leg die Arme, Hände gestreckt unter den Körper. Die Beine dann lang ausstrecken. Heb den Oberkörper an. Gewicht auf den Unterarmen und Ellbogen. Wölbe den Brustkorb nach oben. Und gib den Kopf in den Nacken, bis der Scheitel am Boden ist. Auch hier ein paar tiefe Atemzüge in den weit geöffneten Herz- und Kehlbereich. Einatmen zum Herzen. Und ausatmen dein Strahlen aus der Kehle heraus in die Welt. Letzter Atemzug hier. Und dann heb den Kopf wieder an und löse langsam auf. Befreie deine Hände. Leg die Arme neben den Körper. Dreh die Handflächen nach oben. Lass die Zehen nach außen fallen. Mini Shavasana. Wenn es dir angenehmer ist, kannst du auch deine Füße mattenweit aufstellen. Die Knie zueinander fallen lassen. Und dann heb den Kopf wieder an. Und dann spüre nach. Ja, diese drei Übungen sind wunderbar aufeinander abgestimmt. Der Schulterstand, der uns ein Gefühl von Ganzheit vermittelt, uns dabei hilft, wieder bei uns selbst anzukommen. Der Pflug, der eine ganz ausgleichende Wirkung hat, der unseren Energiehaushalt wieder ins Lot bringt. Und abschließend der Fisch, der sehr öffnend wirkt, der Spannungen, emotionale Art löst, uns ein Gefühl von Freiheit und Freude vermittelt. Und dann atme wieder tiefer ein und aus. Und zieh deine Knie zur Brust ran. Und schaukel ein bisschen von links nach rechts. Greif die Oberschenkelrückseite und dann nimm ein bisschen Schwung und roll dich nach oben zum Sitzen. Für Pashimuthanasana, die sitzende Vorwärtsbeuge, streck deine Beine aus. Zieh nochmal dein Sitzfleisch nach hinten raus. Vielleicht möchtest du dich auch auf eine gefaltete Decke setzen. Flex beide Füße. Alle Zehen ziehen Richtung Kopf. Und dann atme ein, streck deine Arme nach oben, wachse nochmal richtig lang nach oben. Und mit dem Ausatmen beug dich aus der Hüfte heraus nach vorn. Lass die Arme sinken und greif, was du greifen kannst. Atme ein, schaff nochmal Länge, schaff Raum im ganzen Oberkörper. Und mit dem Ausatmen vertiefe sanft diese intensive Vorbeuge. Mit jedem Einatmen wieder mehr Länge, mehr Raum schaffen in alle Richtungen. Und mit jedem Ausatmen etwas tiefer eintauchen. Ganz gern die Augen schließen. Wir bleiben auch hier etwa 10 bis 15 Atemzüge. Lass alle Anspannung aus dem Gesicht weichen. Die Zahnreihen gelöst voneinander. Auch der Bauch so gut es geht entspannt. Und auch dein Gemüt, deine Einstellung ganz gelassen, völlig gelöst, völlig entspannt. Und auch dein Gemüt, die Zahnreihen gelöst. Atme ruhig noch ein bisschen tiefer in den Bauchraum, die letzten Atemzüge hier. Wir regen damit die Verdauung an, stärken unsere Abwehrkräfte, entwickeln Geduld, Hingabe, die Fähigkeit loszulassen. Sehr gut, dann bring wieder mehr Aktivität in den Oberkörper, atme ein, streck die Arme, richte den Oberkörper auf, atme aus, kreise mit den Armen nach hinten, bring die Hände zum Boden und dann heb einmal als Gegenbewegung die schiefe Ebene dein Becken an. Nur für einen kleinen Moment schieb die Fußsohlen Richtung Boden, spann den Po an, heb den ganzen Brustkorb noch eine Idee höher, atme tief ein und komm mit dem Ausatmen schon wieder zum Boden. Sehr gut, schwing die Beine über eine Seite und leg dich auf deinen Bauch. Stell die Hände unter den Schultern ab und dann mach die Beine nochmal extra lang, drück die Fußrücken in den Boden, deine Stirn ist auf der Matte und dann roll die Schultern hier nach hinten unten, zieh die Schulterblattspitzen Richtung Po. Atme ein, heb Brust und Kopf für Bhujangasana, die Cobra. Du kannst unten oder relativ weit unten bleiben, das aus deiner Rückenkraft halten oder du gibst mehr Druck durch die Hände in den Boden, richtest dich etwas mehr auf. In jedem Fall drück die Fußrücken in den Boden, atme tief in den Herzraum ein und aus. Und atme letztes Mal hier ein und mit dem Ausatmen leg dich langsam wieder ab, leg die rechte Wange zum Boden, die Arme nach hinten. Und dann gib deinem Körper einen Moment Zeit, um sich wieder zu neutralisieren, um alles loszulassen, den unteren Rücken zu entspannen, den Schulterbereich zu entspannen. Und dann verzahnen jetzt deine Finger hinterm Gesäß ineinander, gerne mal direkt die ungewohnte Verschränkung der Finger. Die Füße wieder hüftweit, drück den Fußspann in den Boden und dann streck deine Arme, zieh die Faust nach hinten oben, Schulterblätter zusammen, heb den Kopf für die Heuschrecke. Halte und atme, wenn du möchtest, könntest du auch deine Beine gleichzeitig dazuheben und auch hier noch ein paar Mal tief ein- und ausatmen, lass den Nacken ganz lang. Spür, wie hier richtig deine Rücken- und Gesäßmuskeln gestärkt werden. Ein letztes Mal einatmen, kommt noch eine Idee höher und dann atme aus, löse auf, leg die Hände neben dir ab, leg die linke Wange zum Boden und wieg das Gesäß von rechts nach links. Schick einen ganz liebevollen Entspannungsimpuls in den unteren Rücken. Und für Tanurasana unsere dritte und letzte Rückbeuge. Winkel die Beine an, greif deinen Fußspann von außen, schau, dass die Knie nicht so weit auseinander gehen und dann drück die Füße in die Hände, heb den Oberkörper, zieh die Schulterblätter zueinander und spann dich auf. Nacken lang, Herz offen und weit, heb die Oberschenkel noch einen Millimeter höher vom Boden weg, sehr gut. Und nimm noch zwei, drei letzte Atemzüge hier in dieser wunderbaren Übung, die auch Selbstvertrauen schenkt, die den Geist erhebt, so sagt man, und zu einem Gefühl von Erhabenheit führt. Und super, löse mit dem nächsten Ausatmen auf und lass wieder alles los in der Bauchlage. Kannst gerne ein Kissen mit den Händen machen. Dann stell schon die Hände wieder unter den Schultern auf und komm für einen Moment in den Vierfüßlerstand, um dort so ein paar Bewegungen zu machen, die dir jetzt gut tun. Ja, vielleicht Kuhkatze, vielleicht auch nur einen Rundrücken. Vielleicht möchtest du auch für zwei Atemzüge noch in die Stellung des Kindes kommen, um dort dem unteren Rücken wieder Länge zu schenken. Dann treffen wir uns alle im Fersensitz aufrecht. Setz dich im Fersensitz jetzt rechts neben die Füße und stell dann den linken Fuß außen an den rechten Oberschenkel für Ardha Matsyendrasana, den Drehsitz. Gib die linke Hand hinter dir zum Boden, schau, dass du dich nicht nach hinten lehnst, sondern aufrecht bleibst. Die Kopfkrone strebt Richtung Himmel. Atme ein, heb den rechten Arm, mach dich nochmal lang. Atme aus, dreh dich nach links, verhack den Oberarm oder umarm den Oberschenkel. Und nimm den Blick mit über die linke Schulter. Du kannst gerne auch die Augen schließen und dann vertiefe den Atem und spüre die Atembewegungen im Bauch. Mit jedem Einatmen wölbt sich der Bauch nach außen. Mit jedem Ausatmen zieht sich die Bauchdecke wieder Richtung Wirbelsäule. Und für die letzten Atemzüge finde nochmal etwas mehr Aufrichtung, etwas mehr Bewusstsein, auch in deiner Wirbelsäule. Hab das Gefühl, du könntest zwischen den einzelnen Wirbeln noch so einen Millimeter mehr Platz schaffen. Entspann gleichzeitig die Schultern, so gut es geht, und lass los im Gesicht. Mit dem nächsten Einatmen heb den linken Arm nach oben und dreh dich mit dem Ausatmen zurück nach vorn. Sehr gut. Komm zurück in den Fersensitzwechsel, von dort die Seite. Setz dich links neben die Füße. Bring den rechten Fuß außen an den linken Oberschenkel. Die rechte Hand hinter dir zum Boden. Atme ein, streck den linken Arm, wachse nach oben, richtig hoch. Atme aus, dreh dich nach rechts, ohne dich zurückzulehnen. Und verhake oder umarme mit dem linken Arm das Bein. Das Kinn geht nach rechts, hinten der Brustkorb öffnet sich weit nach rechts. Und der Atem strömt durch die Nase ein in den Bauch. Der Bauch wird weit. Und durch die Nase aus. Der Bauch zieht sich sanft zurück. Die Drehung wird intensiver. Und durch die Nase aus. Noch einen letzten tiefen Atemzug hier ein und aus. Mit dem Einatmen heb den rechten Arm nach oben und atme aus. Dreh dich zurück nach vorn. Dann entwurstel hier einmal deine Beine und komm in eine Hocke am Ende der Matte. Wir üben Vakasana, die Krähe. Du kannst auch in der Yogi-Hocke bleiben. Dafür deine Füße zum Boden bringen. Die Hände zueinander. Und mit den Oberarmen die Oberschenkel etwas auseinanderdrücken. Als Alternative. Wenn du die Krähe mit mir üben möchtest, für einen kurzen Augenblick fliegen. Dann stell die Hände vor dir auf. Schulterweit geöffnet, Finger gespreizt. Heb deinen Po nach oben. So als wärst du in einer Vorbeuge. Komm auf die Zehenballen. Richte den Blick nach vorn. Und dann beug die Knie so, dass du sie außen an die Oberarme legen kannst. Fast an die Achselhöhlen. Und gib mehr Gewicht in die Hände. Halte den Blick weiterhin nach vorn gerichtet. Aktiviere deinen Bauch. Und spiel so ein bisschen mit dem Gewicht. Vielleicht ist es einfach nach vorn und hinten wiegen. Vielleicht ziehst du auch eine Ferse oder beide Richtung Po. Und balancierst hier auf deinen Händen. Geh ganz liebevoll, ganz spielerisch mit dieser Haltung und mit dir selbst um. Und wir beenden die Haltung auch schon. Für unsere nächste Position Paddha-Hastasana stehende Vorwärtsfolge. Auch wenn du in der Hocke bist, streck nun langsam deine Beine, Füße hüftweit und lass den Rumpf nun nach unten baumeln. Du kannst deine Ellbogen greifen und einfach schaukeln oder deine Hände von vorne unter die Füße stecken, so dass die Fußsohlen auf den Handflächen stehen. Und mit den Zehenspitzen leicht deine Handgelenke massieren. In jedem Fall zieh die Schultern nochmal aktiv weg von den Ohren. Lass den Kopf, den Nacken ganz frei baumeln. Und atme noch zwei, drei Mal tief in den unteren Bauch ein. Schieb die Sitzbeinhöcker hoch Richtung Decke und atme aus. Entspann den Scheitel mehr Richtung Boden. Sehr gut, dann befreie deine Hände und beug die Knie etwas an. Roll dich langsam nach oben, löse die Arme, wenn du die noch gegriffen hattest. Und komm zum Stehen. Für Trikonasana des Dreiecks stell dich quer auf deine Matte, die Fußaußenkanten parallel zueinander. Mach eine schöne große Grätsche, atme ein, heb deine Arme neben den Kopf, atme aus, neig dich nach rechts, lass die rechte Hand auf dein Bein sinken und beug dich so weit du kannst zur rechten Seite. Streck die linke Flanke lang, zieh deine linke Schulter vom Ohr weg und den kleinen Finger richtig weit nach außen, Handfläche zeigt zum Boden. Noch drei oder vier ganz tiefe Atemzüge. Mit dem nächsten Einatmen, bring den rechten Arm zurück nach oben, richte dich auf. Mit dem Ausatmen, linke Hand sinken lassen, beug dich nach links und streck die rechte Flanke. Rechte Schulter weg vom Ohr, die rechte Handfläche zeigt zum Boden und der kleine Finger will weit, 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 weit rüber nach links. Lass den Atem tief fließen und spüre richtig, wie dein ganzer Rumpf hier schön beweglich wird, wie die Leber massiert wird, der Gallenfluss angeregt. Noch ein letzter Atemzug, ein und aus. Super, mit dem Einatmen, richte dich wieder auf, streck die Arme hoch und mit dem Ausatmen, lass die Arme sinken, bring deine Füße wieder zusammen und dann begib dich in die Rückenlage für unsere Schlussentspannung. Und dann streck alle vier von dir wie so ein kleiner Seestern, nimm dir richtig viel Raum, dreh die Handflächen nach oben und entspann die Finger, lass die Zehen locker nach außen fallen, gib das ganze Gewicht deiner Füße nach außen ab. Schließe sanft deine Augen und schau nochmal, ob es irgendwo noch zwickt oder zwackt in deinem Körper, ob du die Position noch irgendwie verändern möchtest. Vielleicht schiebst du den Hinterkopf noch ein Stückchen mehr Richtung Mattenende, machst den Nacken so lang. Schiebst das Becken noch ein Stückchen mehr Richtung Mattenanfang, machst den unteren Rücken so lang. Und dann lass schließlich Ruhe einkehren. Erlaube dir nun loszulassen und den ganzen Körper zu entspannen. Deine Füße sind entspannt. Deine Beine sind entspannt. Dein Becken und dein Gesäß sind entspannt. Dein unterer Rücken ist entspannt. Dein oberer Rücken ist entspannt. Dein Bauch ist entspannt. Dein Brustraum ist entspannt. Deine Schultern sind entspannt. Deine Arme sind entspannt. Deine Hände sind entspannt. Dein Gesicht ist entspannt. Ganz besonders der Mund, der Kiefer, die Zunge. Ganz besonders die Augen und die feinen Muskeln um deine Augen herum. Ganz besonders deine Augenbrauen, der Bereich zwischen den Augenbrauen und deine Stirn. Auch deine Kopfhaut ist entspannt. Die Haut am ganzen Körper weich und entspannt. Nimm deinen Körper als Ganzes wahr. Vom Scheitel über die Schultern bis in die Fingerspitzen. Über den Rumpf in die Beine, die Füße bis in die Zehenspitzen. Dein ganzer Körper ist angenehm schwer und vollkommen entspannt. Um auch dein Wesen nun zu entspannen, gehe gedanklich an einen Ort, an dem du dich richtig wohl fühlst. Mal dir diesen Ort in Gedanken aus, die Farben, Formen, Gerüche und verweile dort noch für einige Momente ganz bei dir in Stille. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. und bleib noch einen Moment regungslos. Und wiederhole in Gedanken die drei Sätze. Ich habe genug. Ich tue genug. Ich bin genug. Mit Tiefe allmählich die Atmung. Lass wieder frischen Sauerstoff in dich einströmen und bringe kleine Bewegungen in den Körper zurück. den Finger und Ziehen in die Hand und Fußgelenke, vielleicht magst du dich auch strecken, räkeln, gähnen oder seufzen. Und stell deine Füße auf. Und stell deine Füße auf, dreh dich nochmal auf deine rechte Seite und nimm für einen kleinen Moment diesen wunderbaren Nachklang von Shavasana wahr. Lass die Augen gern noch geschlossen und richte dich auf zum Sitzen. Gib die Hände in Chin Mudra oder in Anjali Mudra. Wir schließen mit dem Mantra Om dreimal gemeinsam und dem Lukas Samasta, was so viel bedeutet, wie mögen alle Lebewesen überall glücklich und frei sein. Atme zuvor noch mal tief ein und vollständig aus. Dann atme ein zum Herzen für Om und das Mantra. Om 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 Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Om Shanti 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 Ein Gruß an den Meistern, dessen Tradition wir heute geübt haben. Und dann öffne deine Augen wieder. Ich grüße dich ganz herzlich und danke dir, dass du heute mit mir gemeinsam geübt hast. Namaste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.